Züge und Radiotechnik Am Freitag, den 13. Dezember 2019, verschlug es mich nach Braunsbetra, um nochmal die letzten VT672 auf der Burgenlandbahn aufzunehmen. Leider wurde man enttäuscht. Als erstes sehen wir den Zug nach Querfurt einfahren. Nun kommt der Zug aus Querfurt nach Merseburg. Irgend so ein Idiot müsste sich natürlich ins Bild stellen. Der Zug aus Querfurt nach Merseburg Da ich auf der Schiene Merseburg-Querfurt keinen Erfolg hatte mit dem 672, bin ich nach Teuchern gefahren. Auch dort wurde man enttäuscht. Hier sehen wir als erstes die Regionalbahn von Weißenfels nach Zeitz einfahren. Wie ich später erfahren habe, wurden bereits gegen Mittag alle VT672 abgestellt. Somit kam nur noch VT641 zum Einsatz. Nun sehen wir die Regionalbahn von Zeitz nach Weißenfels ausfahren. Was mit dem VT672 passiert, weiß ich leider nicht, außer dass drei Stück zur Dessau-Wollitzer-Eisenbahn wechseln. Sobald vom VT641B b Bohr, hätten wir die